Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video des CSGO Adventskalenders 2017. Heute ist Tag 7 und wie soll es auch anders sein, es gehen wieder drei weitere Skins auf euren Nacken. Beziehungsweise auf die drei Gewinner von heute. Und zwar, gibt es ja zu gewinnen, also für heute hätte ich mir gedacht, uno momento, für den ersten Preis hätte ich mir gedacht eine M4-1S Flashback, am 24. gibt es ja Knife by the way, wenn ich es gerade hier sehe. Der zweite Preis wäre eine AK-47 Kartell und als dritten Preis hätte ich mir gedacht eine Mekten Neon Rider. So, das wären mal die drei Preise für heute. Und falls jemand hier ist, der gerade das erste Mal einschaltet und sich fragt, um was geht es hier eigentlich. Der CSGO Adventskalender 2017 ist im Prinzip ein Giveaway, wo ich vom 1. bis zum 24. Dezember täglich drei Skins raushaue oder mehr. Und falls ihr teilnehmen wollt, erster Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zum Teilnehmervideo, dort erkläre ich wie ihr teilnehmen könnt und was es genau zu gewinnen gibt. So, die Gewinner von gestern setzen ja heute wieder aus und die von vorgestern sind ja heute wieder mit dabei. Und der erste Preis ist die M4-1S Flashback, die geht raus an den Backslammern 190 mit Spam. Ja, das sind sie geschafft und 1195 Kommentare, also ist schon eine ordentliche Zahl, sage ich mal. Die AK-47 Kartell gönnt sich dir, Devils-Fan. Also mal Glückwunsch an dich, Jonah ist eine Aim-Legende, der kommentiert mit 345 Kommentaren. Und die Mactin Neon Rider geht raus an den... Nö. Das gibt einen Re-Roll, weil Xena Pacef hat gestern schon gewonnen. Für dich gibt es heute nichts. Erst morgen wieder, mate. Die Mactin... Hey, Junge. Die Mactin Neon Rider geht raus an Drumna. Der hat gestern nämlich nichts gewonnen und somit gehört die Mactin Neon Rider dir. Ja, ich werde euch in den... Beziehungsweise, falls ich eure Trade-Links nicht sogar schon habe, werde ich sie euch gleich direkt offeren. Wenn nicht, werde ich euch in den Teilnehmer-Video kontaktieren, beziehungsweise unter einem Kommentar von euch. Und ab morgen bin ich dann auch wieder back mit Facecam und Santa Elmo Kostüm, damit ihr auch wieder mal mein hübsches Gesicht sehen könnt. Dann war es das dann auch schon wieder mit dem Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über einen Kommentar auch. Und falls ihr bei dem Adventskalender nicht teilnehmen wollt, könnt ihr mich trotzdem auch abonnieren. Ich mache ja auch andere Videos, außer dem Adventskalender. Und dann sage ich euch schon Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. 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 Vielen Dank.